In ca. 2.200 m Höhe auf der Schmerkstraße im Nationalpark El Teide, überall Gesteinsbrocken. Am besten fährt man diese Straße hoch von La Orotava bzw. auch von Santa Cruz La Laguna. Die Straßen begegnen sich in ca. 2.000 m Höhe und vereinigen sich hier auf diese Bergstraße hier oben. Wo dann auch jetzt demnächst die Station kommt von der Seilbahn, also die untere Station. Man muss staunen, sogar Radfahrer fahren bis hier hoch. Die testen wollen, was sie alle so drauf haben. Das fliegst ja für die Umweltdatengefühle. Nur Gestein und Lavagestein. Und da oben der El Teide. Da wollen wir heute noch hin. 2.210 m sind wir jetzt hoch. Die untere Station der Seilbahn ist sogar 2.400 m hoch. Und die obere Station 3.500 m. Innerhalb von 8 Minuten für die Seilbahn ein Höhenunterschied von 1.100 m. Dort drüben sehen wir auch ein Felsmassiv. Das ist die zweitwächste Erhebung hier. Teneriffa ist ein Berg, der so 3.100 m hoch ist. Den Namen kann ich jetzt leider nicht sagen. Die kann man auch schön nochmal mit Auto oder mit dem Bus halten. Diese sogenannte Mars-Landschaft, wie uns das erklärt wurde. Sieht eben hier aus wie auf dem Mars. Wenn man an so einer geführten Bustour teilnimmt, dann hält der Bus auch hier an. Dann wird einem ganz genau erklärt, was hier eben los ist. Ja und nun geht es weiter hoch Richtung Seilbahn. Seilbahn. Ja.